Lass uns weitermachen mit King Charles. Also ich möchte dann damit nämlich eine Anregung einiger aufgreifen, die danach gefragt haben. Denen war nämlich aufgefallen, dass die Krönung praktisch genau zur Mondfinsternis, also nur einen Tag später, stattfindet. Und ihr wolltet wissen, ob das überhaupt ein gutes Datum ist. Und ich schaue mir das jetzt kurz mit euch an, weil wir das ja alle live mehr oder weniger mitverfolgen können, wie dieser Tag für König Charles verläuft und daraus können wir dann selber unsere Schlüsse ziehen. Insofern ist das schon ein interessanter Gedanke, auch für diejenigen, die sich jetzt nicht für das britische Königshaus interessieren. Aber vom Zeitgeschehen her ist es halt interessant. Und ich muss euch das jetzt mit dem Mauszeiger zeigen. Ich habe keine Zeit mehr gehabt, die Horoskope auch noch zu animieren. Also ich hoffe, ihr könnt das erkennen, wenn ich hier irgendwo hinzeige, hier zum Beispiel auf dem Mond von King Charles. Ich konnte das diesmal nicht so schön illustrieren, wie sonst immer. Also das ist das Horoskop von König Charles. Er ist Skorpion und hat einen Löwe-Ascendenten. Und die Mondfinsternis in den Zeichen Stier und Skorpion betont damit natürlich auch seine Energie und auch die seiner verstorbenen Mutter, der Queen, die ja Sternzeichen Stier war. Also hier haben wir schon mal Stier-Skorpion. Und am Tag nach der Mondfinsternis ist dann die Mondin im Skorpion ein Stückchen weiter gewandert und kommt dann genau hier auf der Sonne von Charles zu stehen. Charles selbst hat übrigens seinen eigenen Mond im Stier und zwar im exakt gleichen Grad, wie die Sonne seiner Mutter stand, nämlich auf 0 Grad Stier. Das heißt, er und seine Mutter sind in seinem eigenen Horoskop schon stark vertreten. Außerdem ist meine Theorie, dass das britische Königshaus seit der Queen Elisabeth eine Art Matriarchat war. Die starken Frauen haben es dominiert. Und jetzt ist mit Meghan eine Lilith aufgetreten, wie die 13. Fee, die uneingeladen bei der Feier mit den zwölf goldenen Tellern erscheint. Sie hat den Zorn vieler auf sich gezogen und sich gegen die angepasste, aber auch sehr souveräne Kate an der Seite von William gestellt. Kate ist übrigens Steinbock und daher deutlich gefasster als die wilde Meghan, die ja eine Löwin ist. Das ist alles eine unfassbar spannende Geschichte. Ich habe das mit der Meisterklasse Partnerschaftsastrologie durchgenommen. Wirklich der absolute Hammer, welche prominente Rolle Lilith in der royalen Gemengelage spielt. Also nicht nur jetzt bei der Queen und bei Meghan, sondern auch bei den, bei Meghans Kindern und die Verbindungen zwischen Meghan und Prinz Harry und also unglaublich. Sie taucht überall wieder auf. Und sie taucht auch beim Krönungshoroskop auf. Das zeige ich euch jetzt. Und da fällt eben die Lilith hier ins erste Haus, direkt bei ihnen auf seinen Pluto. Und dieses Quadrat hier zur Sonne, was wir auch schon bei der Mondfinsternis hatten, ist eben auch hier in dem Krönungshoroskop aktiv. Das ist schon sehr, sehr spannend. Also Lilith nimmt da eine ganz prominente Stellung ein. Ich will jetzt hier nur einige Sachen rausgreifen, weil das ist so spannend alles. Das kann ich gar nicht alles erzählen. Auf jeden Fall aktiviert die Sonne am Krönungstag gleichzeitig auch noch Revoluzza Uranus. Also hier haben wir die Lilith und der Uranus steht hier schon in einer engen Konjunktion mit der Sonne. Das ist die Konstellation, auf die ich euch auch im Maihoroskop hingewiesen habe. Am 9. Mai haben wir eine gradgenaue Sonne-Uranus-Konjunktion. Und das heißt jetzt mehreres, diese Verbindung von Sonne-Uranus und Lilith. Erstens, Meghan, auch wenn sie nicht anwesend ist, wird die Gemüter beschäftigen und vielleicht sogar erhitzen. Denn, also soweit ich weiß, kommt ja Prinz Harry alleine und Meghan kommt eben nicht mit. Zweitens, es könnte etwas Plötzliches und Unerwartetes geschehen, ein Missgeschick. Jemand knickt um, jemand Wichtiges erscheint oder erscheint nicht und zwar zur unpassenden Zeit. Also lassen wir uns überraschen. Dann fällt noch auf, dass der Jupiter des Krönungshoroskops bei Prinz Charles ins 10. Haus fällt. Das ist natürlich wirklich auch sehr königlich. Der würdevolle Jupiter steht hier oben am Zenit des Horoskops von Charles. Also das setzt dem Ganzen sozusagen die Krone auf, weil das MC hier oben ist auch gewissermaßen die Krone des Horoskops. Und das steht bei Charles im Widder, Jupiter ist auch im Widder. Also das passt auf jeden Fall. Was mir allerdings etwas Sorgen macht, ist hier diese Spannung zu Pluto. Also der Jupiter steht da schon in Spannung zu Pluto. Das habe ich euch ja gerade bei dem Neumond-Toroskop gezeigt. Da wird die Spannung dann exakt. Aber das baut sich da schon auf. Das heißt, Macht- und Geldfragen sind hier bei dieser Krönung auch ein deutliches Thema. Zum Beispiel, dass die Royals zu viel Steuergelder ausgeben etc. Oder eben natürlich auch, wie viel Macht sie eigentlich noch haben. Was ich günstig finde, ist, dass die Mondin im Skorpion hier einen Aspekt zum spirituellen Neptun bildet. Und auch zu Mars, der im Krebs steht. Und diese Krönung ist ja auch ein spiritueller Akt. Da gibt es so ein geweihtes Öl, mit dem der Monarch gesalbt wird. Und das war schon seit Jahrhunderten so. Ist also schon ein sehr interessantes Ritual, was da durchgeführt wird. Das ist also eine wirklich sehr rituelle Sache, diese Krönung. Und hier sehen wir ja eben das Krönungshoroskop, eingezeichnet im Horoskop von King Charles. Und da sehen wir außerdem hier, dass er auch einen Mondknoten-Return hat. Also einen exakten Mondknoten-Return. Und der Mondknoten ist ja die Seelenaufgabe. Das ist schon eine Konstellation, die für die Erfüllung einer großen Lebensaufgabe steht. Was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht, ist, dass hier der Pluto im Wassermann im exakten Quadrat zu Charles' Mond steht. Das erzählt davon, dass seine Popularitätswerte einfach sinken, weil der Mond steht auch für Popularität. Und dass viele der Meinung sind, das britische Königshaus hätte ausgedient. Zweitens weist es auf die Machtkämpfe und die psychologischen Probleme innerhalb Charles' Familie hin, weil der Mond auch für die Familie steht. Und drittens könnte es auch ein gesundheitliches Problem andeuten, weil Pluto bei Charles im sechsten Haus der Gesundheit steht. Das ist aber auch das Haus des Alltags. Vielleicht heißt es einfach nur, dass die neuen Arbeitsabläufe als König sehr anstrengend für ihn sind. Also er muss schon auf sich aufpassen und er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Und dieser Transit auf Charles' Mond zieht sich hin bis Ende 2024. Also wenn ihr wissen wollt, wie Pluto im Spannungsaspekt zum Mond wirkt, dann müsst ihr King Charles beobachten. Ja, ich könnte jetzt noch viel mehr sagen, aber das soll erstmal reichen. Jedenfalls könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild davon machen, wie sich die Konstellationen am Krönungstag und auch bei Charles selbst in Zukunft manifestieren werden. Und ihr habt hier auch kommentiert. Das wollte ich auch nochmal schauen. Andrea schreibt, oder Charles selbst kommt zu spät wegen etwas. Ja, das ist ja so einem Skorpion auch durchaus zuzutrauen. Ich habe geglaubt, ach das ist auch ein interessanter Hinweis. Ich habe geglaubt, man sieht bei Verstorbenen das Horoskop nicht mehr. Ne, das stimmt gar nicht. Ein Horoskop wirkt auch nach dem Tod noch weiter. Also wenn zum Beispiel über jemand, der verstorben ist, später eine große Biografie erscheint oder jemand posthum eine Ehrung erhält oder auch umgekehrt, wenn posthum rauskommt, etwas Skandalöses über die Person rauskommt, dann wird man das im Transit zu dem Geburtshoroskop auch erkennen, auch wenn derjenige schon verstorben ist. Und hier geht es ja auch darum, dass man die Queen sozusagen bei Charles im Horoskop sieht. Das finde ich halt Hammer. Die Queen ist ja geboren am 21. April und hat ihre Sonne auf 0 Grad oder 1 Grad, also jedenfalls ganz am Anfang des Stiers. Und der Charles hat seinen Mond auf 0 Grad Stier. Also das ist schon krass. Das hat sie ihm ganz klar vererbt. Und insofern ist es also schon ein deutliches Zeichen, was man aber in seinem Horoskop sieht. Und diese Achse mit seinem Mond und seiner Sonne im Skorpion ist ja eben durch diese Mondfinsternis jetzt ganz stark angeregt. Also ich habe echt überlegt, könnte es sein, dass ein Astrologe ihm dieses Datum gegeben hat? Es könnte sogar sein, weil da gab es ja wahrscheinlich ein sehr enges Zeitfenster. Viele Möglichkeiten gab es nicht. Und wenn ich das jetzt gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, den Samstag können wir nehmen, weil dann ist die Mondfinsternis vorbei. Und der Jupiter steht eben oben praktisch auf Charles Mond und der Mondknoten Return. Das passt schon alles. Aber natürlich hätte ich auch gerne dieses Quadrat von Uranus Sonne auf Lilith vermieden. Aber wer weiß, vielleicht war das Zeitfenster ja eng. Also ich habe immer mal wieder Hinweise gefunden, dass es möglicherweise doch einen Hof Astrologen gibt heimlich. Weil immer wieder Horoskope oder bestimmte Daten und Zeremonien im englischen Königshaus astrologisch so gut funktionieren, dass ich gedacht habe, da war jemand am Werk, der sich was dabei gedacht hat.